Bei uns bei Helsana gehört das flexible Arbeiten zum Arbeitsalltag. Du kannst entweder im Homeoffice arbeiten oder du kommst zu uns in Büros. Wir haben moderne Arbeitsplätze. Da kannst du entweder für dich alleine in Ruhe arbeiten, in einem Team oder im Projektsetting. Wir sind stolz auf das und freuen uns auf dich. Das neue Konzept des Desk-Sharing ist fantastisch. Es ermöglicht dir mehr flexibel sein. Du kannst dich näher an neue Kollegen und kennst dich neue Personen. Wenn man mal eine Pause braucht, kann ich aber gut mit meinen Kollegen in die Cafeterien gehen, am Mittag in die Kantine. Viele meiner Kollegen machen für den mentalen oder physischen Ausgleich auch Sport im Helsana Health Cup. Ich finde es toll, in den Projekt- und Kreativräumen Teamsitzungen zu machen. Die Räume kann man individuell und flexibel gestalten. Es kann jeder dabei sein, ob persönlich oder virtuell. So macht es Spass. Wenn man mit den K-Komplexen arbeiten muss, ist es sehr gut, die Salle im Silenz zu haben. Das ermöglicht uns wirklich, auf unserer Konzentration zu sein. Die neue Arbeitsumgebung gefällt mir sehr. Die hellen Holzelemente und die Lampen strahlen der Wärme aus. Und dadurch fühle ich mich sehr wohl beim Arbeiten. Und so sagen von der K-Kburger von der K-Krieg ... Das ist ein Teil vom Ausgleich. Vielen Dank.